Sie hören Wolfgang Burger, wen der Tod betrügt, gesprochen von Frank Engelhardt, eine Produktion des Audio-Media-Verlags. Was soll ich es leugnen? Ich habe ihn auf den ersten Blick nicht leiden können. Selbstverständlich haben meine Eltern mir beigebracht, dass Vorurteile etwas Schlechtes sind. Natürlich weiß ich, dass man sich nie vom ersten Eindruck leiten lassen darf, dass man stets versuchen soll, Fremden unvoreingenommen gegenüberzutreten. Und dennoch, ich kann es nicht ändern. Kai Meerbusch war mir schon in der ersten Sekunde unsympathisch. Sein verdruckstes Getue, die Art einem nie, einfach nie in die Augen zu sehen, mehr zu nuscheln als zu sprechen, die demütige Körperhaltung, alles an diesem Mann machte mich aggressiv. Aus der Sicht eines Kriminalisten war er das geborene Opfer. Ein Mensch, der geradezu darum bettelte, herumgeschubst und drangsaliert, auf der Straße ausgeraubt und verprügelt zu werden. Hinzu kam, aber dafür konnte er nun wirklich nichts, dass ich an dem Tag, als ich ihn zum ersten Mal traf, hundsmiserable Laune hatte. Ärger mit Theresa, auf meinem Schreibtisch stürmte sich wieder einmal der Papierkram, das Wetter war kalt und feucht. Der Tag ein graues Etwas zwischen nicht mehr könnendem Winter und noch nicht wollendem Frühjahr. Obwohl der März schon einige Tage alt war, war von Frühlingserwachen noch nichts zu spüren. Dass mir Kai Meerbusch über den Weg lief war reiner Zufall. Ich war von meinem Schreibtisch geflüchtet, die Treppen hinunter ins Erdgeschoss gelaufen, um vor die Tür zu treten und meinen dumpfen Kopf auszulüften. Verzeihung, sprach mich jemand von der Seite an, gerade als ich den ersten bewussten Atemzug dieses trüben Tages tat. Und da stand er, einen Kopf kleiner als ich, schmaler auch und schlanker, mit leicht gebeugtem Rücken und betretener Miene. Seine hochwertige Kleidung fiel mir sofort auf. Der hellbraune Anzug nicht gerade vom Edelschneider, aber sicherlich auch nicht von der Stange. Die im Farbton exakt dazu passenden Schnürschuhe blitzblank gewienert und wohl ebenfalls nicht billig. Etwas nachlässig rasiert war er. Offener Hemdkragen, keine Krawatte, gepflegte Hände, die nicht von körperlicher Arbeit zeigten. Ja, fragte ich unfreundlich und riss mich gleich darauf zusammen. Wie kann ich Ihnen helfen? Schließlich ist man als Polizist ja auch ein Freund und Helfer, obwohl wir unter unserem neuen Chef mehr und mehr zu Statistikern und Excel-Künstlern mutierten, wie Balke es kürzlich so treffend ausgedrückt hatte. Ich weiß nicht, antwortete der verschreckte Mann im teuren Anzug. Meine Frau ist verschwunden. Wen wundert's, war mein erster, selbstredend völlig unangemessener Gedanke. Das tut mir leid, sagte ich. Sie seien nur zu Besuch in Heidelberg, gestand er mir verlegen, hätten einige Tage Urlaub hinter sich am Comer See und seien auf der Rückreise nach Norden von der Autobahn abgefahren, um sich die weltberühmte Stadt am Neckar anzusehen, irgendwo eine Kleinigkeit zu essen und anschließend weiterzufahren. Aber dann haben wir spontan unsere Pläne geändert, fuhr er fort. Meine Frau wollte eine alte Freundin besuchen, wo wir schon mal hier waren, und so hatte man sich kurz entschlossen im Crown Plaza ein Zimmer genommen. Juli steigt immer dort ab, wenn sie in Heidelberg ist. Ihre Frau heißt Juli? Eigentlich Juliana. Verkrampft gestikulierte er mit seinen gepflegten Händen, rang um Worte. Seine Frau habe abends gegen sechs Uhr mit dem Wagen gut gelaunt das Hotel verlassen und sei bisher nicht zurückgekommen. Was sagt die Freundin dazu? Von der wusste er leider nur den Vornamen. Anita und dass die beiden sich aus Studienzeiten kennen. Die Krankenhäuser habe ich heute Morgen schon alle angerufen, dort ist Juli aber nicht. Ihre Frau hat doch bestimmt ein Handy dabei. Das hat sie, natürlich. Aber sie geht nicht ran, ich habe es x-mal versucht. Ich dachte, sie hat gestern vielleicht zu viel getrunken, wollte nicht mehr Auto fahren und hat deshalb bei Anita übernachtet. Als wollte er mir ein Geheimnis anvertrauen, trat er näher an mich heran. Sein Atem roch nach Alkohol. Der Frust und die Einsamkeit gestern Abend mussten ziemlich groß gewesen sein. Aber dann würde sie sich doch allmählich mal melden. Finden sie nicht auch? Er sah mich verzweifelt an. Der Frust und der Frust und der Frust. Der Frust und der Frust und der Frust.